Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischkopfTV. Hier ist euer Fischkopf und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Rainbow Six Siege. Und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Letzte Folge haben wir ja ein bisschen hart verkackt, beziehungsweise vor allem ich, weil ich die eine Geisel mal getötet habe. Das war sehr, sehr unangenehm. Das ist jetzt aber nicht so schlimm, wir schaffen das schon. Ich bin der Doc, das heißt für mich, ich möchte gerne jetzt erstmal dafür sorgen, dass die kleinen Autos nicht bis zu uns vorkommen. Oh, oh, da ist es schon, Scheiße! Oh, jetzt war die Maus. Es ist nicht euer Ernst. Macht das Ding kaputt. Kommen die hier noch irgendwo rein? Da! Alter! Das wäre jetzt auch noch schöner gewesen. Hier ist doch so ein Ding, was den Dinger kaputt macht. So ein Störer. Ich verstehe gar nicht, wie das Ding da durchgekommen ist. Das ist ja wohl Quatsch. Okay, sollen wir hier eine Barrikade machen? Also was ich gerne noch machen würde, wäre das hier nochmal reenforcen. Und diesmal haben wir keine Hostage, diesmal müssen wir den Raum einfach verteidigen. Können wir das hier auch noch reenforcen? Jetzt. Okay. Das haben wir. Ich höre Leute laufen. Oh. Wieso konnte ich das hier nicht anzeigen? Da. Jetzt. Okay. Okay. Ich habe jetzt da drauf gezeigt. Weil ich meine, die haben das Fenster aufgemacht. Hier passieren gerade Schüsse. Mann, das ist freundliche Schüsse? Oh, mein Kumpel ist tot. Oh, shit! Ich frage mich, hätte ich den auch... Hätte ich den natzen können? Habe ich den früh genug gesehen? Ja. Ah, shit. Millisekunden. Es waren fucking Millisekunden, Freunde. Ah, bisschen vorsichtiger hätte ich... Bisschen vorsichtiger hätte ich vorgehen müssen. Okay, ich glaube, das hier... Das hier wird schwer noch zu holen. Eins gegen drei. Ach, come on! Okay, ein bisschen mehr Konzentration. Diesmal wird alles gut. Die Waffe kenne ich gar nicht. Oder zumindest den Aufsatz da. Das sieht komisch aus. Okay, jetzt schnell aussuchen, was wir gut finden. Ich glaube, ich will den Hammermann. Wir haben den Hammermann, ne? Ja. Sehr gut. Wir haben einen Sniper. Wo... Wo... Wo macht denn der Sinn auf dieser Map? Ein Sniper? Auf der Map? What the shit? Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit! Zwei. Eins. Okay, ich muss die Brille absetzen. Ich muss mich... Ich muss mich konzentrieren. Das geht mit der Brille nicht. Locate the Biohazard Container. Locate the Biohazard Container. Kann ich hier oben irgendwie... Warte mal, ich fahre mal hier hoch. Ach, du kommst auch hier hoch. Ist okay. Ist das okay? Wir können uns das hier teilen. Ah, ja. Okay, ich glaube... Objective found. Ja, schon wieder hier. Ah, shit! Ich dachte, er hat mich nicht gesehen. Das wäre ein sehr, sehr guter Ort gewesen. Für so ein kleines Fahrzeugchen. Digga, bleib da einfach liegen. Bleib da einfach. Du kommst da eh nicht rein. Alles klar, ich bin bereit. Ähm, wir könnten hier irgendwo die Kameras ausschießen. Hat er das gerade gemacht? Alter! War das Friendly Fire? Nee. Der hat mich irgendwie gesehen. Wo sind die denn? Da! Okay, schnell runterlassen. Okay, das war ein bisschen spannend gerade, ne? Kommen wir hier hoch? Ich würde gerne von ganz oben... ...reingehen. Oh, warum denn? Ah! Mein Kumpel! Wo war der denn? ...aktivate Nitro. Der war da hinten um die Ecke. Ich fasse es nicht. Okay, das war einfach schlecht von mir. Das war einfach schlecht von mir. Ich hätte... Ich hätte vielleicht nochmal rausgehen sollen. Wow. Kriegen die das noch? Habt ihr nicht gesehen, dass da gerade eine Granate geflogen ist? Was ist noch euer Plan, Leute? Sprengsatz. Ja, genau, da solltest du nicht hingehen. Da bin ich eben hart verreckt. Da solltest du nicht hingehen. Da solltest du nicht hingehen. Zwei gegen vier. Da. Hast du. Zwei gegen drei. Oh. Siehst du? Und der wird dich kriegen. Oh. Oh, ist das spannend. Ah. Eins gegen eins. Holy shit. Der hat nur noch 25 Leben. Der andere hat, glaube ich, volles Leben. Oh, ist das spannend, Leute. Hast du noch irgendwas, um das aufzusprengen hier? Booby Trap. Oh, er schickt nur eine Drone los. Wieso kann er das? Ah. Gejammt. Da ist ein Booby Trap. Da sieht man die Schraube. Er kann es aufheben, das Ding. Nice. Nice. Da ist auch ein Störer. Den kannst du mal wegschießen. Okay. Er geht, okay. Er geht mit dem Schraube-Gesass ran. Hat er es? Hat er den Störer geholt? Ja. Ah, das ist, das ist, das ist, das, der nicht mal taktisches vorgeht. Ah, da liegt er. Ha, ha. Hier abgeht. Da lag er. Fünf Sekunden, Digga. Du musst ihn jetzt holen. Oh. Äh. Good job anyway. Das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das war sehr gut gespielt. Und jetzt reißen wir das Ding noch. Ich bin Doc. Ich mag nämlich sehr gerne Doc sein. Oder wollen wir irgendwas, wollen wir irgendwas anderes machen? Ich glaube der Doc ist ganz geil. Booby Trap Man ist auch nicht schlecht. Oder halt der Typ, der die, der die, der die Herzschrittmacher, der mit dem Herzschrittmacher, haha, willst du doch, der Herzschrittmacher, haha, der ist auch nicht schlecht. Aber der ist natürlich besser, wenn man im Team spielt und den Leuten das erzählen kann. Ich würde jetzt, ich würde jetzt fast gerne irgendwie ganz woanders sein. Haben wir Westen da? Haben wir einen Westenmann? Oh yes. Und ich glaube, ich glaube ich nutze diese Waffe, um die Autos kaputt zu machen. Ich mache hier mal die Wand, äh, fest. Kommen die natürlich auch durch, wenn sie auch die richtigen Leute nutzen. Aber hey, einmal hier festmachen, ist schon mal ganz gut, glaube ich. Okay, wollen wir noch irgendwo festmachen? Hier vielleicht? Die Fenio. Okay. Die Walls sind reinforced. Hier oben können sie rauskommen, hier können sie durchkommen. Okay, sie haben es lokalisiert. Schon mal kacke. Wollen wir hier? Können wir uns das mal aufstellen, bitte? Wieso stellt er es nicht auf? Achso. Oh, oh. Achso. Ich würde zuvor nicht gerne hier mal das Ding aufstellen. Hinter mir! Holy shit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich muss jetzt mal horchen. Oh. Was ist hier gerade passiert? Die sind über uns, ne? Über uns, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Shit, was ist denn? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wie schlecht ich bin Oh mein Gott Wie schlecht ich bin Was ein Aim, Alter, den hätte ich noch gar kriegen können Ich kam hinter dem da raus Alter Wow Okay Eigentlich darfst du sowas nicht zeigen, ne? Okay, ich zeig's trotzdem Ihr habt's ja gerade gesehen Aber es war ein bisschen peinlich Ein bisschen sehr, sehr peinlich Oh mein Gott, wir hätten's noch reißen können Naja, nicht wirklich, wir waren nur noch zu zweit, oder? Und es sind immer noch fünf von denen am Leben Okay Aber es ist ein cooles Spiel Haha, finde ich Ich hatte trotzdem wieder Spaß Es ist unglaublich Ich will dieses Spiel viel mehr spielen Wieso spiele ich das so selten? Ich weiß es nicht Total Defeat 0 zu 3 Ich war auch schuld Ich war auch an vielem schuld Scheiße nicht Ein Kill Sind wir denn jetzt Level 12? Nein Haben wir denn viel Geld gekriegt? Auch nicht Okay Return to menu Confirm Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Das war der Fischkopf Und tschüss Das war der Fischkopf Ich würde sagen, Leute Ich würde sagen, Leute Ich würde sagen, Leute Vielen Dank.